Bei mir macht E-Mail noch relativ viel aus. Also ich sag mal, wenn man mir E-Mail nur noch zwei Tage in der Woche geben würde, könnte ich damit leben. Wenn man mir Chat eine Stunde lang abschaltet, habe ich ein Problem. Also es verändert sich. Und der Kollege macht das ja jetzt so, dass er sagt, ich nutze keine E-Mail mehr, sondern gehe in sowas rein, dass ich blogge. Und dass ich nur noch über meinen Blog kommuniziere. Das heißt damit, dass jemand, der mir eine E-Mail schicken möchte, muss das in meinen Blog reinstellen, was damit für alle offengelegt wird. Oder Instant Messaging. Oder Instant Messaging, ja klar. Aber die eigentliche Kernidee, also Instant Messaging ist in dem Sinne nicht was Neues. Was bei der Idee bei ihm neu ist, ist, dass man, auch im Sinne von Social Everywhere wiederum, dass man den Mut haben sollte, seine E-Mail durchaus, und das geht nicht mit jeder E-Mail, also ich sag mal, personalrelevante E-Mail definitiv nicht. Aber so mit fachlicher E-Mail kann das schon in weiten Bereichen funktionieren, dass man das eben nicht mehr dediziert zwischen einer kleinen Gruppe von Personen, oft auch nur zwei beteiligten Absender und Sender hin und her schickt, sondern dass man diese E-Mail in gewisser Weise veröffentlicht, in einem gewissen Rahmen, und andere das auch sehen können, weil zum Beispiel ich bin jetzt gerade bei Ihnen und kann jetzt im Moment keine E-Mail bearbeiten. Aber ein Kollege hat vielleicht ähnliches Wissen und könnte jetzt einfach drauf springen und das schon mal beantworten. Und der Punkt ist einfach letztendlich, der Treiber bei diesem ganzen Thema, ist Geschwindigkeit. Wir haben vor 20 Jahren oder 30 Jahren, haben wir Hauspost gehabt, haben Papier hin und her geschickt und sowas hat drei, vier, fünf Tage teilweise gedauert. Da konnte man sich auch drauf verlassen, wenn es mal schneller da war, hat man gesagt, ich habe es noch nicht. Dann kam ein E-Mail mit den PCs und so weiter und dann war die Erwartungshaltung so, innerhalb von einem Tag sollte man doch aber bitte mal seine E-Mail gelesen haben und das beantworten. Dann kam ein Chat dazu, da ist so die Erwartungshaltung, okay, kannst du vielleicht nicht jetzt, aber so in der nächsten halben Stunde solltest du mal auf diesen Chat gucken und das beantworten. Und das Problem ist, das ist ja nicht nur bei der einer Firma so, das ist bei allen Firmen so. Das heißt, ob man will oder nicht, man hat gar keine Wahl, man muss da mithalten. Weil ein Kunde stellt eine Frage und sagt, kriege ich das jetzt fünf Euro billiger pro Stück oder nicht? Und der erwartet eine Antwort in einer relativ kurzen Frist. Und diese Frist war früher eine Woche und die ist jetzt heute eher beim halben Tag. Und wie gesagt, wenn ich nicht in der Lage bin, das jetzt innerhalb vom halben Tag zu beantworten, dann ist er doch, hängt ein bisschen vom Produkt ab, von der Marktstellung und so weiter. Aber wenn es, desto mehr es ein Standardprodukt ist, ist er relativ schnell beim Wettbewerber. Ja. Ja.